Ich lasse mich impfen, um einfach mein Leben normal zu leben, damit wir alle in die Normalität zurückkehren können und natürlich mich zu schützen, aber auch meine Mitmenschen. Ich habe allgemein eigentlich Angst vor Impfungen und auch eine Nadelphobie, aber ich hatte Glück mit der Ärztin, die mich geimpft hat. Sie hat mich sehr beruhigt und auch abgelenkt und es hat Gott sei Dank gut alles geklappt. Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, sich impfen zu lassen, denn mit jeder Impfung gehen wir einen Schritt weiter Richtung Normalität und ich denke, das ist natürlich für unsere Gesellschaft sehr wichtig. Bleiben Sie bitte dran, halten Sie sich an die Regeln und dann wird am Ende auch alles gut sein.